Wie angekündigt, gesund zunehmen, 5 Frühstücksvarianten, Video Nummer 2. Check dazu gerne auch das Top 5 Video Nummer 1. Wie gesagt, du findest nochmal alles komplett von Anfang bis Ende in der Playlist. Die nächsten 5 Varianten für ein gesundes Frühstück erfährst du nach dem Intro. Ich empfehle ja immer Kohlenhydrat frei zu frühstücken, selbst wenn du zunehmen möchtest. Das hat verschiedene biochemische Hintergründe, aber dazu siehst du natürlich hier in dem Video nochmal. Da habe ich das ein bisschen detaillierter erklärt, warum das auf jeden Fall Sinn macht. Zu den anderen Mahlzeiten nicht, aber dazu kommen wir noch in weiteren Videos. Okay, es geht weiter mit den Top 5 Frühstücksvarianten, Video Nummer 2. Variante 1, achso, ganz wichtig, bleib bis zum Ende dran und schreib dir alles mit. Also mach kurz Stopp, mach dir eine Notiz oder mach irgendwie ein Word-Dokument oder irgendwas auf deinem Computer auf und schreib dir das kurz mit, weil ich empfehle dir immer, das in den Alltag zu implementieren oder umzusetzen, was am besten zu dir passt. Die Geschmäcker sind verschieden und der eine isst lieber das, der andere isst lieber das. Okay, aber jetzt genug gelabert, jetzt geht es los mit den Varianten. Okay, Variante Nummer 1, jetzt wird es so ein bisschen fischig. Makrele, Lachs, Hering, also ein fettreicher Fisch mit einem Paprika oder und oder Tomatensalat. Ich empfehle dazu, also wenn du dir einen Tomatensalat machst, so ein bisschen Büffelmozzarella noch reinzutun, ein bisschen Balsamico und dann hast du ein schönes, rundes Frühstück. Natürlich ist der soziokulturelle Aspekt immer hier ein bisschen, ja, es ist einfach was anderes als das, was man eigentlich so gewohnt ist, ja. Wie gesagt, wir sind in der Regel gewohnt, Marmeladenbrötchen mit einem Kakao oder irgendwas zu frühstücken oder frühstücken gar nichts oder das sind alles so ein bisschen, ja, spezielle Dinge, aber sie werden dir auf jeden Fall helfen. Variante Nummer 2, ich habe es eben schon gesagt, du kannst den Fisch auch einfach weglassen und dann machst du dir einen großen Tomatensalat mit etwas Büffelmozzarella dazu und drei gekochte Eier. Da hast du sofort schon viele Vitamine, du hast eine gute Proteinquelle mit dem Ei, das kann auch ruhig ein komplettes Vollei sein, auch der Käse, den du reintust, das kann auch vollfett sein. Variante Nummer 3, Carpaccio vom Rind mit etwas Olivenöl und etwas Parmesan darüber. Na klar, das ist auch ein seltsames Frühstück, aber ich gebe dir Brief und Siegel, das wird auf jeden Fall funktionieren. Frühstück Nummer 4, ein großer Burger-Patty vom Vorabend, dazu eine Handvoll Macadamia-Nüsse. Oft ist es so, dass ihr natürlich abends kocht und dann könnt ihr immer ein bisschen mehr machen und dann habt ihr das in Form eines Mealpreps, also Preparation oder Vorbereitung. Habt ihr natürlich schon mehr für den nächsten Tag wieder, ist sowieso so eine Sache, aber auch da werden wir nochmal weiter drauf eingehen. Und dann Variante Nummer 5, für alle diejenigen, die nicht so gerne frühstücken, so einen Typ wie ich zum Beispiel, ihr solltet trotzdem etwas zuführen, gerade wenn ihr zunehmen wollt, ist es wichtig, dass ihr ein Frühstück macht. Dann geht es zumindest mal hin, wenn ihr Kaffeetrinker seid, dann macht ihr euch einen Bulletproof Coffee. Das ist ein Rezept aus den Anden, die haben ihren Kaffee immer mit Jackmilch getrunken, das können wir jetzt hier natürlich nicht, aber ich empfehle dir einen Kaffee zu machen und dann machst du ein Stückchen Butter rein entweder oder einen Teelöffel Kokosfett. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und dann habt ihr auf jeden Fall ein paar gute MCT-Fette, also das sind Fette, die werden zu Energie verbrannt bei der entsprechenden Aktivität. Dann habt ihr das auf jeden Fall, ja, habt ihr schon mal ein gutes Frühstück drin. Oder habt ihr zumindest mal ein kleines Frühstück drin. Ich werde nochmal alles Wichtige in die Beschreibung tun. Dort findest du auch weitere Videos, die dir beim Zunehmen helfen. Ja, und dann danke ich dir schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Dein Coach Alex.